Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich habe auf jeden Fall mal eingezahlt, jetzt 750 Euro, 0,468 ETH, um so ein bisschen nachzujustieren. Die Zeit war halt relativ günstig, dann nochmal ein bisschen nachzuschießen. Und ich wollte es eigentlich eh immer schon machen. Bin da immer wieder ein bisschen abgedriftet, andere kreative Sachen. Hab die Karten relativ teuer empfunden, was im Nachhinein sich ja als richtig ausgestellt hat. Dadurch, dass die Karten jetzt doch auf einen vernünftigen Preis gefallen sind. Und ich habe mir da zwei Team-Stacks aufgebaut. Ich sage immer wieder, ich bin kein Fan von Team-Stacks, reinen Team-Stacks. Aber dadurch, dass ich bei Champion Ryob immer wieder so ein bisschen Probleme habe, mir da was zusammen zu mixen und es ja jetzt die nationalen Ligen gibt, wo man zum Beispiel meine ganzen Bundesliga- und LaLiga-Karten reinschmeißen kann, habe ich mir gedacht, ich baue mir was zusammen. Wir legen direkt los. Das erste Team, was ich hier zusammengestellt habe, ist mein Lieblingsverein. Ich habe mich jetzt geoutet, FC Barcelona. Marc-André Ter Stegen habe ich mir geholt. Für mich einer der besten Toyota der Welt. Gerade in den deutschen Medien, in der ganzen Neuer Mania, finde ich das immer wieder sehr overhyped gewesen. Noch damals die Diskussion, wo Hoeneß sich eingeschaltet hat und Marc-André Ter Stegen ein bisschen bloßgestellt hat, fand ich sehr, sehr, sehr unfair und unkorrekt. Wer ab und zu mal LaLiga guckt und seine Paraden sieht, auch letztens jetzt gegen Cadiz das Spiel, da waren wieder zwei Paraden dabei. Natürlich wird er jetzt die Nummer 1 vom deutschen Nationalteam sein, dadurch, dass neue ausfällt. Und das habe ich natürlich für den März noch die weiteren Spiele im Hinblick. Und natürlich die Europameisterschaft, die naht auch. Da habe ich dann halt auch geguckt, dass ich so ein bisschen die Kombination mische. Deswegen habe ich mir vorneweg schon Ousmane Dembele geholt für 64 Euro. Ist aktuell verletzt. 3-4 Wochen her, wo man gesagt hat, 3-4 Wochen fällt auch aus. Preislich habe ich, glaube ich, einen guten Schnapper erwischt. 64 Euro ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt jetzt gewesen. Ja, er hat sich unter Xavi halt taktisch sehr, sehr, sehr weiterentwickelt. Hat da bestimmte Spielansätze, die mir sehr, sehr gut gefallen. Dadurch ist er sehr, sehr gefährlich geworden für die Verteidiger der gegnerischen Mannschaft. Und wird auch im französischen Nationalteam auf jeden Fall eine Rolle wieder spielen. Ich hoffe, dass er jetzt die nächsten Wochen fit wird. Dann natürlich Robert Lewandowski. Ich weiß nicht, also bei Bayern hat er seine Tore gemacht, aber bei Barcelona gefällt er mir extrem, extrem, extrem stark. Ist auch eine Liga, die gemacht ist für solche Stürmer. Wir erinnern uns, Messi, Ronaldo. Solche Spieler können die Liga in Grund und Boden zerfetzen. Die Verteidiger sind meiner Meinung nach in Spanien nicht so stark wie vielleicht in der Premier League. Und selbst in der Bundesliga finde ich die Verteidiger oft einen Ticken stärker. Das ist halt ein absoluter Tor-Garant. Und mir gefällt auch einfach, wie er sich bei Barcelona verhält, wie er spielt und mit welcher Freude er agiert. Natürlich hat es die Karte auch einen Ticken günstiger gegeben im Bayern-Trikot. Ich wollte hier wirklich, das ist eine absolute Ausnahme. Kreislich gucke ich immer, dass ich da immer weit drunter bin. Aber hier wollte ich ihn im Barcelona-Trikot haben. Und er wird auf jeden Fall die Europameisterschaft noch für Polen spielen. Ich denke, sie werden sich schon qualifizieren. Also das ist echt kein Hexenwerk für die großen Teams, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Und bis dahin will ich den auf jeden Fall spielen. Und danach habe ich noch Sergio Busquets aufgewählt. Für 10,94 Euro ist eigentlich relativ günstig. Auch da, Xavi setzt auf ihn, obwohl der Vertrag ausläuft. Und es wird ja gemunkelt, dass er eventuell in die MLS wechselt. Und es könnte natürlich auch sein, dass er vielleicht irgendwo noch seine Karriere wie Wiesel Kobe bei Iniesta ausklingen lässt. Was weiß ich. Ich habe den jetzt mal mitgenommen. Für 10 Euro ist jetzt nichts verhaut. Und als absoluter Stammspieler bei Barcelona, wenn er fit ist. Das ist das Problem. Ist aktuell ein bisschen angeschlagen. Anzufate habe ich die Kunst der Stunde genutzt. Also für 55 Euro. Der Junge ist erst jetzt 20 Jahre alt geworden. Und ein Riesentalent hat halt Verletzungen gehabt. Und ich denke, das Potenzial nach oben hin ist grenzenlos. Leider ging Cardis etwas glücklos gewesen. Und hat mir einen Ticken zu defensiv gespielt. Hat so viel Defensivarbeit gemacht wie Messi in seiner ganzen Karriere zusammen. Da versuche ich mit einer Karte, die ich verkaufen will, so ein bisschen den Preis zu verbilligen. Wenn ich die jetzt verkaufen würde, würde ich quasi die Karte so um die 30 Euro spielen. Warum ich das mache, gerne rechts oben das Video anklicken, wie ich meine Karten kostenlos spiele. Beziehungsweise wird auch erklärt, dass ich manche Karten halt so verbillige, dass ich halt zwei Karten kaufe. Und dann eine dann mit einem höheren Preis verkaufe, sobald es sich halt ergibt. Gerne da mal reingucken. Dann Andreas Christensen auch für 28 Euro. Ich hätte gern Araujo genommen, aber der ist mir so ein Ticken zu teuer gewesen. Dann haben wir dann für Christensen entschieden. Und Garcia. Das sind so die zwei Partner. Araujo wechselt auch immer wieder mal auf die rechte Seite, wenn Jules Condé so ein bisschen patzt. Auch Jules Condé habe ich auslassen. Bei beiden, wie bei Araujo und Condé, ist das Problem halt der U23-Button. Bei Eric Garcia war es noch halbwegs im Rahmen. 16 Euro ist okay. Der Junge ist erst 22. Das passt im Summe. Aber Jules Condé und Araujo ist mir ein Ticken zu teuer. Dann noch eine alte Karte von Sergio Roberto. Die habe ich schon fast ein Jahr lang. Die halte ich auf jeden Fall. Hat sich auf jeden Fall gelohnt mit der 100 im letzten Spiel. Und ich denke, der wird immer wieder seine Einsätze kriegen. Immer wieder so ein Run von drei, vier Spielen, wenn da mal wirklich ein paar Verletzte sind. Frankie de Jong ein Reward von damals noch. Natürlich preislich auch stark gefallen. Liegt irgendwo jetzt bei 70, 80 Euro. Damals, wie ich die gewonnen hatte, war die bei 220, 220, 240 Euro. Ich habe sie jetzt gehalten, weil ich einfach ein Frankie de Jong Fan bin. Und hier um Titi, der passt so ein bisschen nicht ins Bild. Der ist jetzt bei Ledger. Ist aber auch sehr, sehr stark auch im Preis gestiegen. Natürlich jetzt leider irgendwie verletzt gewesen. Aber sehr stark performt bei Edger. Ich hoffe, dass nichts Gröberes passiert ist. Und der bald auch wieder im Einsatz ist. Ja, so würde ich mir das vorstellen. Mit Marc-Andreas Ter Stegen, Christensen, die Defensivkarte. Frankie de Jong im Mittelfeld. Lewandowski im Angriff. Und sobald Dembélé fit ist, den dort als Extra-Kart. Ansonsten halt, je nachdem wie die Aufstellungswahrscheinlichkeiten sind, Busquets oder Fatih reinbauen. Oder auch ab und zu mal Sergi Roberto. Ja, gerne in die Kommentare schreiben, was du über mein neues Team denkst. Über meinen neuen Teamstick, den ich mir zusammengestellt habe. Natürlich hatte ich auch Ferran Torres im Blick. Der hat aber sehr stark gegen Cadiz gespielt. Da ist der Preis so ein bisschen hochgeschnellt. Und Rafinha hatte ich auch im Blick. Ja, das war eine 50-50 Chance. Rafinha oder Dembélé. Und ich habe mich dann halt für Dembélé entschieden, weil ich den einfach um einen kleinen Prozent besser sehe und mir besser gefällt. Danach habe ich mir, nachdem der erste Spieltag in Japan gestartet ist und da so einige Baustellen ans Licht gekommen sind, mir einen Kawasaki-Stack aufgebaut. Nicht zu 100 Prozent. Das gucken wir uns dann gleich an, was da fehlt für einen Puzzlestall. Lerndro Damiao. Da munkelt man, dass der Ball zurückkommt. Das ist eigentlich ein Premium-Stürmer, der halt jetzt sehr, sehr lange verletzt war. Preislich relativ günstig. Ich denke, dass der ein Potenzial hat, mal auf 70, 80, 90 Euro hochzugehen, wie es der aktuelle Vertreter Marcinho macht. Der ist aktuell der Stammstürmer. Kostet aber um die 100 Euro. Da brauchen wir jetzt nicht hinterher springen. Ryota Oshima ist so eine Spekulation. Mittelfeldspieler. Natürlich Kawasaki immer wieder von Verletzungen gebeutelt. Und im Mittelfeld gar nicht so breit aufgestellt. Und der Hintergedanke war auch, die spielen die AFC Champions League, die Asien Champions League. Und von Sunfreeze ein, zwei Karten auch noch. Die kann ich immer da dazumixen. Zu irgendwelchen Cap 220 Modes und so weiter. Aber so in etwa will ich da losgehen. Dann habe ich mir Miki Yamane geholt. Ist für mich ein absoluter Premium-Verteidiger. Auch direkt eine 65 im ersten Spiel bei der Niederlage. Den hatte ich schon sehr, sehr lange im Blick. Seine Scores sind sehr, sehr stark. Natürlich mit der Ausreißung nach unten. Dadurch, dass er ein Flügelverteidiger ist, kann es mal ab und zu mal so Scores um die 40 geben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er mal da so eine 80, eine 100 raushaut, sind sehr, sehr hoch. War auch bei der WM, glaube ich, sogar im Kader. Da ein Spiel gegen Costa Rica gemacht. War jetzt nicht so weltbewegend, die Partie. Und preislich ist er halt sehr, sehr stark gefallen in den letzten Monaten. Wenn wir so etwas drüber gucken, dann sehen wir, in seiner Spitzenzeit hat er um die 200 Euro gekostet. Danach immer irgendwo zwischen 60 Euro hin und her bewegt. Natürlich hätte es ihn so ein bisschen günstiger gegeben auch. Da habe ich so ein bisschen verschlafen und verpennt. Da sehen wir so ein kleines, kleiner Zack nach unten. Da hat er ihn wahrscheinlich so für 25 Euro gegeben. Aber ich dachte mir, jetzt schlägst du mal zu, dann hast du ihn drinnen. Und ich denke 32 Euro oder 25 Euro, die paar Euro machen es jetzt auch nicht besser. Auch an die alten Karten, die ich jetzt dann halt immer kaufe. Da auch gerne das Video angucken, rechts oben. Warum alte Karten für mich Gold wert sind. Ich fragte euch natürlich, warum ich die neuen Karten kaufe. Alles dazu erfährt ihr in dem Video rechts oben. Kiyoki Noborizato habe ich mir noch geholt. Verteidigungstechnisch, der ist jetzt auch noch verletzt. Sollte zurückkommen. Ich weiß halt nicht, wie Kurumaya verletzt ist. Den habe ich nämlich schon länger in der Gallery. Der ist aber verletzt ausgewechselt worden. Und Jeziel, der andere Innenverteidiger, hat eine rote Karte gekriegt. Dementsprechend habe ich Noborizato drin und noch einen anderen Innenverteidiger. Den zeigen sie jetzt hier nicht an, dadurch, dass er von einem anderen Team gewechselt ist. Ansonsten noch Rao Schmidt. Hat leider erst, wurde nur eingewechselt im ersten Spiel. Ansonsten eigentlich in letzter Saison fast immer Stammspieler gewesen. Der hat aber jetzt kein Vermögen gekostet. 4 Euro damals gekauft. Ist jetzt auch noch immer um die 3-4 Euro. Der wird seine Einsatzzeiten kriegen und punktet eigentlich relativ konstant mit 50 Punkten um den Dreh. Und wenn ich dann noch dazu geholt habe, ist Takuma Omi Mami. Der sollte eigentlich die Innenverteidigerposition jetzt dann übernehmen, wenn jetzt Kurumaya verletzt ist. Und vor allem, wenn jetzt Jeziel das eine Spiel mit einer Rotsperre absetzt. Ich denke, dass der ein großes Potenzial hat auf dem Stammplatz. Und ja, war so eine Investition. Auch da versuche ich eine Karte zu verkaufen. Und eine, die ältere werde ich wahrscheinlich spielen. Jetzt werden sich die ein oder anderen fragen. Ja, Toyota technisch, warum da nichts? Es gibt die Nummer 1, Jung Sung Ryong. Der ist 38, wenn wir uns den angucken. Ich bin da absolut kein Fan. 38 Jahre. Wenn der jetzt eben nach dem Patzer, der hat einen riesen Patzer in der 4. Minute gemacht. Beim Spiel gegen Marinos, Fehler vor Gegentoren. Und auch im letzten Spiel, der letzten Saison, eine rote Karte kassiert. Da hat man eigentlich schon gemunkelt, dass er abgesetzt wird. Nur in Japan ist es so in der J-League. Die rote Karte wird in die neue Saison nicht übernommen. Jetzt hat er aus Respekt vorm Alter. Das ist in Japan so, die Älteren haben immer so ein bisschen ein Vorrecht quasi auf ihren Platz. Und dementsprechend hat er es gespielt. Aber lange werden sie es sich wahrscheinlich nicht angucken. Der Patzer, der könnte es schon gewesen sein. Der kostet jetzt um die 30 Euro. Ryong und Kami Fukumoto. Den haben sie jetzt extra geholt. Punkt 1, der kostet auch immerhin so um die 40 Euro. Kann natürlich sein, dass der jetzt ein halbes Jahr gar nicht spielt. Und der Preis irgendwo noch sich auf 20 Euro einpendelt. Mit außerdem hat er noch hier die 80 und die 100 von seinem letzten Verein, Jubilo Iwata. Da spiele ich lieber mit einem anderen Torhüter oder warte erst mal ab, wenn der Preis sich irgendwo vielleicht auf 30 Euro einpendelt. Ich spekuliere auch darauf, dass es neue Auktionen geben wird von neueren Karten von der 2023er Serie. Die wird sicherlich in den nächsten Wochen rauskommen, damit der Preis nochmal purzeln. Natürlich sollte im nächsten Spiel die Nummer 1 sein. Werde ich da zuschlagen. Muss ich halt direkt beobachten, wann das Spiel ist und welche Uhrzeit. Und mir da halt den Wecker stellen. 8 Uhr in der Früh. Also gucken, dass ich um 7 Uhr in der Früh munter bin. Und direkt, wenn ich sehe, dass er in der Starthilfe ist, halt zuschlagen. So eigentlich die Lösung bei der ganzen Geschichte mit dem Torhüter. Ansonsten so ein bisschen die Preise verdünnt. Shuichi Konda, da die Hoffnung steht zuletzt. Da habe ich geguckt, den Preis verbillige. Wenn er vielleicht irgendwie in die 1. Liga schnell aufsteigt mit Jimitsu S. Pulse. Oder vielleicht doch noch irgendwo ein Angebot kriegt von dem Erstliga-Klubs ein kurzfristiges. Dass da halt preislich sich irgendwas ausgeht. Laurent Abergell für 2 Euro habe ich mir schnell geholt. Ist eigentlich ein sehr, sehr starker Spieler bei Lorient. Der sehr konstant um die 55 Punkte drauf hat. Marcel Savitz habe ich mir 2 Stück geholt. Dadurch, dass halt verletzungstechnisch Manchester United ein paar Probleme hat im Mittelfeld. Und er eigentlich vom Trainer sehr, sehr hoch gelobt wird. Und dementsprechend jetzt alle Spiele von Anfang an gespielt. Außer das erste, da wurde er eingewechselt. Das war 4 Tage nach dem Deadline-Day. Das ist mir schon klar. Und hier gegen Barcelona im Champions League-Spiel war er noch gelb gesperrt. Vom FC Bayern München noch die gelben Karten übernommen. Ansonsten, die 3 Spiele haben mir eigentlich gezeigt, dass er punktetechnisch, scoretechnisch schon ordentlich was drauf hat. Und dementsprechend, auch wenn ich es verpasst hatte, den Karten gab es im Januar noch für 9 Euro oder so um den Dreh. Denke ich, da gehe ich mit. Da ist noch Potenzial nach oben. Vielleicht auch 50 Euro. Und da werde ich versuchen, eine Karte zu verkaufen. Ich habe nämlich 2 Karten geholt. Sanyang habe ich mir wieder geholt. Eine günstige Variante. Hirotaka Mita hat sich ergeben. Stammspieler bei Yokohama FC. Dann einige Karten verbilligt. Dann auf Bernardo habe ich jetzt gesetzt. Da spekuliere ich, dass ich so ein bisschen tradingtechnisch gegen AS Roma vielleicht Glück habe. Der soll ja sicher in der Startelf spielen, dadurch, dass Pavlovich gesperrt ist. Und somit hat er auch gegen Lustenau spielen dürfen. Oh, pardon, nicht Lustenau. Tirol aus Ravien hat gegen Lustenau gespielt. Und ich denke, die Scores zeigen halt immer wieder, wenn er spielt, da ist schon mal so eine 60 und eine 80 drin. Hier jetzt eine 50. Und vielleicht ging die Roma die eine oder andere Karte verkaufen, um den Preis so ein bisschen zu verbilligen. Und Seko Keut hatte ich eigentlich spekuliert gehabt, dass er gegen Wattensen Tor macht. War auch in der Startaufstellung, wurde er in der Halbzeitpause ausgewechselt. Lief nicht so prickelnd, da habe ich mich so ein bisschen verzockt. Hier ist dann der zweite Sabitzer. Den habe ich jetzt schon zum Verkauf mal drinnen. Ansonsten Jordi Rayner ist jetzt vertragslos. Den habe ich mir geholt. Halstenberg war relativ günstig. Rene Renner, der ist erkrankt gewesen. Ist auch preislich so ein bisschen kurz gefallen. Also auf unter 5 Euro. Ihr seht, was für Scores der teilweise raushaut. Also für 4, 5 Euro kann man sich den mal schnappen. Sonst kostet er in der Regel schon um die 10 Euro normalerweise. Mats Hummels habe ich mir noch günstig geholt. War jetzt in der Startelf. Ich denke, viel schlechter kann es für ihn nicht mehr laufen von Preis her. Ich denke, dass der sicherlich mehr Einsätze kriegen wird in Zukunft. Man munkelt ja auch, dass er den Vertrag verlängert kriegt. Und ansonsten habe ich mir noch Jürgen Sieb, also Jörg Siebenhandel geholt. Der ja jetzt die Nummer 2 bei Sturm Graz geworden ist. Und der Vertrag wird jetzt nicht verlängert. War hier auch, was ich sehe, sogar für 5, 6 Euro zu haben. Auch da versuche ich den Preis ein bisschen zu verbilligen und hoffen, dass im Sommer durch die Transferspekulationen so ein bisschen wieder was an Geld zurückkommt. Und ich hoffe, dass der nicht auf die dumme Idee kommt und irgendwie die Karriere beendet. Das wäre natürlich schon wieder, ja, nichts Tolles. Ja, das sind so die neuen Karten, die ich mir hier geholt habe. Einige Auktionen laufen noch, aber die sind nicht so nennenswert. Das waren eigentlich so die Premium-Karten, die ich mir jetzt mal geholt habe. Ja, gerne in die Kommentare schreiben. Und danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal.